Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hunted Schmiede der Finsternis mit dabei Tamira Noé. Musstest du gerade beim Namen des Spiels überlegen? Ja. Mann, ich habe gedacht, das weiß ich auch. Aber du musst ja noch den Finger drauf zahlen. Natürlich, also echt, ey. Oh Mann. Doch, die haben hier die strengsten Auflagen von allen. Hier ist Heilung, falls du brauchst. Ähm. Äh, ja, ich brauch sowieso. Entschuldigung. Aber vorher mal fragen. Ja, ist doch nett. Okay. Okay, geradeaus geht es nicht. Also wollen sie, dass wir rechts hochgehen. Sehr unauffällig. Oh Mann, ey. Was wird denn hier alles? Du bist voll? Ja, ja. Pfeile, Pfeile. Hier kommen Gegner. Ahahaha. Das war gerade geil. Hast du es gesehen? Ist er eingebrochen? Ja. Gut, dann gehen wir da schon mal nicht lang. Nee. Danke, dass du eingebrochen bist. Fuck. Vorsicht. Wow. Ich bin da fast da reingefallen und lachte hier einen ab. Du bist zu mir vorgeschleidert. Alter, was geht das halt mit dir ab? Ja, die... Alter, irgendwie schnitzt die gerade alles ein. Ich will dich abstechen. Na, Kampf. Mach nicht fertig. In Stücke geschnitten. Guck mich hier erst mal. Joa, also hier stürzt jetzt gerade, glaube ich, nichts mehr ein. Ich mache einen so einen Teilverput. Okay, da steht noch eins. Ja, ja. Oh, nee, warte. Da kommen gerade Viecher. Alter, ja. Es ist hier voll sicher und so. Und du machst mit deinen Bomben hier. Fahrt hier. Ah ja. Ey, die Steinspiegeln sind nicht Eddie. Stein, genau. Du musst uns verpiegeln, schlussend voll schlafen. Ja, der ist immer noch da. Der Bogenschützer muss es wieder reißen. Ja. Ey, aber die Waffenträger bleiben stabil. Uh, neue Abbrust. Nice. Alles gut? Ja, ja. Wir müssen noch zwei Typen retten, aber ich habe das jetzt noch gar gesehen. Du? Nö. Sonst hätte ich dir was gesagt. Also, ich lasse die da nicht hängen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich habe keine Zeit, dich zu retten. Ich muss hier looten. Hilf dir selbst. Genau. Huch. Das war ich, glaube ich. Unsere kleine Abkürzung hat uns unter der Hälfte der Mauern durchgeführt. Aber nur unter der Hälfte. Bei den sieben Göttern schaut ihr diese Befestigung an. Karlamor ist keine Stadt. Das ist eine Festung. Und sie bauen immer noch. Kein Wunder, dass wir die Sklaven selbst aus Dyfed holen. Sklaven? Wo sind die ganzen Sklaven? Wir sollten tausende von ihnen sein. Da stimmt etwas nicht. Nur etwas? Na, die werden der großen Königin geopfert. Ja, die anscheinend immer noch lebt. Oder das ist jetzt neue. Keine Ahnung. Dann haben die die alte aber schnell ersetzt. Es ist schön, dass wir einfach durch die Tür teleportiert worden sind. Da. Das muss die zentrale Befestigung sein. Dort wird Anowin sein. Wo? Ach, da. Keine Ahnung, ich mach das jetzt essen. Haha, ich war schon da. Verdammt. Brauchst du Heilung? Nee. Ich auch nicht, verdammt. Das ist jetzt richtig bitter. Ja. Ich möchte nicht. Das möchte ich gerne mal nach Hause. Schlag mir mal ins Gesicht, damit ich nicht wein kann. Das gefällt mir nicht. Ich höre Fußstöpfe. Ja. Oh Gott. Minutau. Ja, genau. Der macht ein... was weiß ich was? Schlag hier. Alter. Hast du gesehen, wie der angehörten kam? Der Dicke. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin nur ein bisschen nach vorne gegangen, damit ich sie auch treffe mit meiner Magie, weil Magie ist hier echt wichtig. Oh, was haben wir denn da? Noch eine bessere Axt. Schön. Oh, da war... wollte mich einer gerade... Hier ist was zum Heilen. Hier ist ein Heiltrank. Aua, aua, aua. Hier ist ein Heiltrank. Jaja, ich weiß... Brauch ich gerade nicht, aber brauche ich danach. Scheiße, ich kann dich gar nicht töten. Du musst dich heilen und du musst den Heiltrank. Nehmen, ich stehe nicht ein, dass wir den hier verkaufen müssen. Ja, ich wollte den ja auch nicht da lassen. Ich wollte dir eine Axt auskosten, weil da liegt eine bessere und die nehme ich gleich mit. Aber es ist schade, um die Schnee. Ich will meine Augen essen. So, tschüss. Immer weil sie alle nur an deinen Augen... Ich hab keine Ahnung, was die haben. Hier liegen lauter Leuchterwaffen. Ich weiß. Immer diese Entscheidung, das ist echt... Ja. Warum kann ich noch nicht noch mehr tragen? Warum können die nicht mehr tragen? Weiß ich nicht. Ich brauche einen größeren Beutel. Tsch. Wir müssen uns durch eine ganze Armee kämpfen, um da hinzukommen. Oh, es waren nur zwei Minuten dauern. Joa, das geht ja noch. Ja. Armee, pff. Wir sind eine Zweie-Mann-Armee. Mhm. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Ja. So lange wir Zehner die Kriegerprinzessin schlagen, können wir es alles tun. Hör auf, mir in die ganze Mana zu klauen. Es klau ich dir das Leben, es klau ich dir das Mana. Ich hab extra das hier nicht für dich zerstört. So, das sind nur Pfeile. Oh, Mann. Das ist bitter. Ach, es geht gar nicht, der da... Achso, ups. Nehmen wir mal lieber die Treppe. Oh. Alter, es fliegt hier noch Leute, die hier hintergeschlossen worden. Sie schießen auch auf uns. Ach, ne. Wir schießen auch auf sie. Wow. Nein. Ein Telefonationsmensch. Ein Mensch? Ja, kein Mensch mehr. Wo ist er? Ich hab kein Mana mehr. Ach, kein Mana. Ich seh ihn nicht. Ich geh hier rechts. Versuch das mal mit einem Bogen. Ich hab gerade andere Probleme, ich weiß nicht. Ich hab gerade andere Probleme. Ach, vor mir. Aua. Oh, Minutau, Minutau. Oh, Minutau. Wie schlimm kann das sein? Alter, ich seh doch alles sofort. Alles explodiert hier. Alles gut, der Sturz. Gut. Problem ist, ähm, ich brauch jetzt Mana. Also, irgendwo scheiß... 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 Ich weiß auch nicht, ob das so ganz effektiv ist, ein Pfeil zu scheißen. Ich komm nicht. Oh Mann, oh Mann, hö. Da ist der Penner! Aber ich krieg' ihn nicht. Ey. Ich schon. Irgendeiner ist aber noch hier. Ja, der Penner da oben. Den ich nicht totkrieg. Nö, irgendein Emulator. Hilf mir! Ich krieg ihn einfach nicht tot! Der ist so weit weg. Ja, aber ich hab ihn ab und zu rot. Jetzt ist er tot. Der ist rot und die lecken trotzdem nicht, weißt du? Manchmal. Echt komisch. Oh, da lag ne Leiche. Äh, die sprechen wir nachher nochmal an, oder? Wenn man will, so kurz zurückkommen. Wo bist du eigentlich? Ähm... Ich guck jetzt hier nämlich mal um. Weil ich brauch... Jetzt dann doch wieder beides Leben und Magie. Ach, du bist dahinten. Äh, ja, gut. Warte. Sprech vielleicht die Leiche an, aber da hat noch was geglitzert. Ah, Wiederbelebung. Nur Wiederbelebung, sonst ist hier nix. Also, ähm, Mana... Nehme ich wie... ähm... Gott, Leben nehme ich wieder. Und Mana und Waffen. Mögen die Götter uns beistehen und uns vor den Minotauren in der roten Rüstung schützen? Die sind einfach nicht aufzuhalten. Die bluten noch nicht mal scheins. Kann man die überhaupt verletzen? Mögen die Götter uns beistehen? Es kommen also stärkere Minotauren gemäß? Ja, reicht ja nicht, dass die so krass sind. Räuchte nicht. Das ist der Krieger, die fast nicht tot kriegt. Jo. Ist noch zu wenig! Lalalala! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Da! Ist eins! Hier! Mach kaputt! Da ist auch noch eins! Da ist auch noch eins! Okay, mit Leben bin ich jetzt voll! Hier ist auch noch eins! Mit Leben? Brauch ich. Jetzt brauch ich noch Magier. Das! Hier! Einer von uns muss hier stehen, bis sie offen ist. Wir sollten lieber warten, bis die Kämpfe nachgelassen haben! Lass es mit einem Sinn für Abenteuer, alter Mann! Doch beim Morgen von Alicia! Du, äh, willst du die Tür halten? Und ich, ich bin schon dabei! Ach, du musst doch auf dem Schalter stehen! Richtig grad nicht! Ach, du musst doch auf dem Schalter stehen! Du stehst irgendwie nicht auf dem Schalter! Doch! Wir können schon durch! Aber... Also... Wir können auch einfach durchkommen! Oder sollen wir durch? Wir können auch durchgehen! Dann gehen wir durch! Warte, 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 warte! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm! Scheiß drauf! Tschüss! Mann, das... War auch voll feige, aber es wäre jetzt auch real! Was ist denn, wenn wir mal hier durchgucken? Kein einzigen mehr! Wir haben alles aufgeräumt! Hier sind drei Wiederbelebungs... Vier! Eins, zwei, drei... Vier, fünf Wiederbelebungsdinger! Alter, wie viele Viecher hätten da kommen sollen! Krass! Oh Gott! Hä? Oh oh! Sorry, ich hätte nicht grad sagen wollen! Lass sie nicht näher kommen! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich bin... Aus Versehen runtergefallen! Oh Gott! Nein, nicht im Ernst! Alles überlebt man! Und dann bringt die sich selber um! Ja, das Spiel ist noch nicht schwierig genug! Komm, lass dich selber töten! Alter, nein! Oh Mann! Ich hab mir schon gedacht, Hä? Irgendwie steht das eine Bein zu weit vorne und dann ist er einfach abgerutscht! Oh Mann, ey! Er ist einfach abgerutscht! Er ist einfach abgerutscht! Oh Mann! Wahnsinn! Wahnsinn! Schön! Wir kommen! Haha! Mehr Gold! Äh, ja gut! Kannst du nicht schießen? Alter! Oh Mann! Das war irgendwie gerade... ...härter als das war! Da drüben ist ein Mana-Tank! Auf der anderen Seite! Oh Mann! Mach sie fertig! Ich will nicht fertig gemacht werden! Ich will nicht das nochmal runterfüllen! Ja, ich bleib weg von der Klippe diesmal! Oh, pass auf! Ich brauche eine Ballista! Okay... Hier können wir doch unten nochmal Pfeiler! Okay! Jetzt leg mal zwei Lappen von der Oberfläche! Okidoki Manchmal sind die so hartnäckig Mhm Manchmal gehen die so voll leicht und dann... Uehehehehe Ok Sorry Ey, ich werd hier grad nur rumgeschubst Ich will diesen Tor-Animationskill gar nicht machen Doch, was du... AHHHHH Das war witzig Äh, runter? Geradeaus? Ne, geradeaus ist glaub ich Hauptstory Ich krieg die nicht auf? Geht's noch? WTF? Keine Leiche da Ich würd gern nochmal kurz zurückgehen und mir nochmal die Pfeile holen Das tut mir echt leid, aber... Weil mir einmal die Pfeile... Hier sind die Pfeile Oh mein Gott Seitdem mir einmal die Pfeile ausgegangen sind, hab ich so Panik, dass sie mir die ausnehmen Oh Das ist eine schöne Brücke Ohhhh Ey, schon wieder die schöne Aussicht Aber okay Wenn du runterfällst Nein, diesmal nicht Ich verspreche es Bevor wir aber durchs Tor zur Hölle gehen zur Hölle? Ja, genau Beenden wir den Part Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und Tami bestimmt auch Ja Und dann bis zum nächsten Mal Ciao! Tschüssi! 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 Tschüssi!